Wie man sein Business vorwärts bringt. Das Skip-Konzept in drei Minuten erklärt. Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für mittelständische Unternehmen sind Information, Kommunikation und effiziente Prozesse. Um diese Faktoren zu optimieren, entwickelt das Paderborner Systemhaus Accept IT ein ganzheitliches Leistungskonzept. Skip – Steuerung von Kommunikation, Information und Prozessen. Die Leistungsmodule im Detail. Erstens Prozess- und Workflow-Management. Die Qualität der Geschäftsprozesse bestimmt letztlich den Ertrag des Unternehmens. Mit intelligenter IT-Unterstützung werden Prozesse gestaltet, verbessert und dokumentiert. Hierzu zählen beispielsweise Bestellanforderungen, Beschaffungsanträge, Personalveränderungsprozesse, Change-Management und Produktentwicklung. Zweitens Geschäftsanwendungen. Vertrieb, Marketing, Management, Service und Support sind wichtige Funktionsbereiche im Unternehmen. Da muss die Kommunikation nach innen und nach außen stimmen. Sonst werden Geschäftsbeziehungen gestört und Chancen bleiben ungenutzt. Modernes Informationsmanagement sorgt für fundierte, strategische Entscheidungen und optimale Kundenbetreuung. Drittens Domino-Infrastruktur. Als IBM Premier Business Partner sorgen wir dafür, dass IBM Lotus Domino in Ihrem Unternehmen reibungslos läuft. Nutzen Sie das Know-how unserer zertifizierten Berater für Infrastrukturanalyse, Migrationsstrategien, Server- und Client-Installationen, Betriebsunterstützung und Trainings. Wir unterstützen Standard-Applikationen und schaffen Individuallösungen. Viertens Individualentwicklung. In Ihrem Unternehmen gibt es besondere Aufgaben, die nicht zur Standard-Software passen? Lassen Sie uns maßgeschneiderte Lösungen dafür entwickeln. Profitieren Sie von kompetenter Beratung, von Komplettentwicklung und professioneller Projektabwicklung. Termingerechte Übergabe und effektive Endanwendertraining gewährleisten den glatten Start und einen reibungslosen Betrieb. Fünftens E-Mail-Management. Immer mehr unternehmensrelevante Vorgänge können nur per E-Mail nachvollzogen werden und unterliegen der Aufbewahrungs- und Nachweispflicht. Wir konzipieren und realisieren eine Gesamtlösung, die Ihre E-Mails intelligent und gesetzeskonform verwaltet. Nahtlos integriert in E-Mail-Systeme wie IBM Lotus Domino oder Microsoft Exchange. Für die Realisation Ihrer Lösungen bieten wir eine Reihe effektiver und praxisbewährter Softwareprodukte und das Know-how unserer innovativen Technologiepartner. Für optimale Integration, verlässliche Technologiesicherheit und schnellen Return on Investment. Advance your business now. serious a der vis vis wie es